Untertitelung des ZDF, 2020 Ich wollte doch nur unsere Burg verteidigen. Du willst das Turnier gewinnen, um gegen den bösen Drachen zu kämpfen? Wir sind nicht dran. Viel Erfolg, mein Freund. Wir haben mit Speer in der Hand, sagen Ritter Trenk. Trenk, warte, du darfst den Drachen nichts antun. Frag dich nur, wer hier wem was antut. Herbst 2015 im Kino.